Wir fliegen in wenigen Wochen als Team Deutschland zu den World Games in die USA. Bei den World Games treffen sich Sportarten, die sehr weit verbreitet und vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt, aber nicht Teil der Olympischen Spiele sind. Das heißt, es gibt dort Sportarten wie Wasserski, Tauziehen oder auch Fallschirmfliegen.